So, Plan Arena, wir beginnen! So, wir laufen erstmal durch die Gegend, um uns das Level mal anzusehen, wo wir hier sind. Aber es wird mir schon bekannt sein, wie es aussieht. Okay, hier spielst du die ganze Action ab. So, 3-3. Was sind die anderen? Aua! Was, 3 gegen 1? Du musst doch mal verarschen. Ja, 3 gegen 1, das wird ja auch nichts. Können ja schon funktionieren, aber da brauchen wir die Taktik irgendwo ein bisschen anders. 3, 2, 1, beginn! Du willst doch nicht, wo du hinschießen sollst, weil jedes Mal deine Kollegen hier sind. Ja, wenn du an dem stehst, dann gehe ich ihn ja auch nie. Okay. Na ja, dann muss ich kümmern. Okay, da hau ich halt ab hier. Dann stehe ich hier alleine da, ne? So. 3, 2, 1, beginn! 3, 2, 1, beginn! So, wo ist der andere? Die gehen aber wieder auf, wie ist der, ja? Ja, ich weiß. Du bist doch Taktik, ja. Geht schon. Das funktioniert dann schon irgendwie. 3, 2, 1, beginn! Ja, ach ach ach, stehst du dort, ne? Ganz genau! 3, 2, 1, beginn! Ganz genau! Ganz genau! Ganz genau! So Ich komme hier, spitzig die Action-Felgen, du bist ja ab hier Verlegen müssten mehr sein Reingehoben So, hab dich So, nächste Runde, los geht's Genau Das Team ja immer in die Schussrichtung hier Auflassen Ja, ich kann nichts dafür, wenn ihr dort steht Ich muss ja auch mal was tun Dann stehe ich ja wieder alleine da Ist mir egal jetzt Ist mir egal Na gut, dann kümmere dich doch Das erste Mal Ja, toll, weil ihr alle im Weg wart Jetzt haben wir die Hunde natürlich verloren Dann müssen wir halt die Taktik noch ein bisschen ändern Sollen sich erst mal kümmern hier unten Und dann schauen wir mal, was dann größter übrig bleibt hier Macht euch, macht euch Ich brauche dabei Ja, dann kommen sie alle auf mich wieder zu Ja, sag ich's nicht, ne? Ja, vier gegen Einen, das wird ja ohne nischt Hab' man das auch schon mal gelernt Na, was ist, Kollege? So, hat er schon mal erledigt? Ui Na, Hallöchen Ja So, Hunde gewonnen Sehr schön Sehr, sehr schön So soll das eigentlich immer laufen 3, 2, 1 Begin Ja, ich kann nichts dafür Ich kann bloß zielen, wie ich ja so Einen Kollegen hier sehe In rot hier, ne? Ich brauche mir das so Dass ich mich hier oben gewähren könnte Doch, wie euch halt auf der Haufen befindet Hier, da kann ich nichts dafür Aber seht ihr mal Oh, dann rummeckern hier Ja, die Runde ist ja was denn wieder wonnen jetzt Wir haben schon einen Punktgestand von 5 zu 3 3, 2, 1 Begin So, wo ich bis die Show ist hier hat Äh, jetzt wieder ab, genau Jetzt wieder ab Kann passieren Bei der ganzen Auflegung So Ich stehe sogar wieder alleine da Hier Ich stehe sogar wieder alleine da Was soll das? Hast du noch geschafft Das war jetzt nicht schlecht 3, 2, 1 Begin Ich brauche hier mal die Waffe hier Ah ja Ich muss nachladen Aua Ich bin entsetzt Ich war schon wieder alleine Da war ich schon wieder alleine 3, 2, 1 Begin Ja, pech Ja Ich kann ja mit dem Kollegen wieder abstieg Ja Ich muss mich ja auch irgendwie wärmen So wirst du ja wieder alles an mir hängen. Ja, weißt du schießen und machen und tun wie du willst, da warst du ja alleine gewesen. So, die Runde war vorbei, ok. So. Mal hierhin. Ja, voll auf mich drauf mit der Rakete hier, genau. Ja, weil ich keine Möglichkeit habe mich zu wärmen hier, weil die alle auf einem Haufen sind hier. So, 6 zu 6 jetzt, ne? 3, 2, 1, beginn! Das ist mir egal jetzt, ich muss mich auch oben jetzt, ne? Steh ich ja alleine da, genau. Ist er weg. Hat sich verpisst. Ich bin vorbereitet, keine Sorge. Ich kann noch gerne auf dich warten, Kollege. Da ist er. Und Runde gewonnen. 7 zu 6 für Blau. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tutorial. Na ja, ganzう drauf. Di Σlöschung des Sägesmuş tenha schmeckt. khieleäste Brachekeirure